Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir befinden uns gerade noch nicht in Sims 4, aber ich wollte die Sims 4 Random Pack Challenge Build Mode spielen. Das ist eine Challenge, die habe ich bei The Sim Supply gesehen. Und da geht es einfach darum, dass man 5 Packs sich auslosen lässt und nur mit diesen 5 darf man bauen. Und hier habe ich jedes Pack einmal aufgeschrieben. Und wir drücken jetzt einfach einmal auf Randomize. Ich wollte euch nämlich da mitnehmen, nicht dass ihr denkt, dass ich hier schummel. Das wäre nicht so gut. Und ich hatte Glück. Werde berühmt, Gaumenfreund, Zeit für Freunde, Fitnessaccessoires und Jahreszeiten sind tatsächlich sehr gute Build Packs. Bis auf Fitnessaccessoires. Aber ich werde aus jedem Pack was nehmen. Das ist tatsächlich eine Sache. Ich werde meinen Spaß haben. So, wir befinden uns jetzt im Build Mode. Das Ganze habe ich als Speed Build gemacht, weil es hat dann doch noch einige Zeit gedauert. Und ich habe aber aus jedem Pack was benutzt, soweit ich weiß. Und ja, ich habe das Ganze als kleines Tiny House gemacht. Weil ich dachte mir so, ja, ich wollte jetzt nicht so ein Riesenhaus bauen. Und ich hatte das in meiner Spielwelt noch offen, dieses Grundstück. Weil ich jetzt ja alle Packs noch gekauft habe. Beziehungsweise einige hatten mir noch gefehlt. Und die habe ich jetzt gekauft. Und dementsprechend kamen, glaube ich, drei neue Welten dazu. Und in Windenburg war jetzt dieses kleine Grundstück gut da. Und ich war so, hm, das würde ich gerne nutzen und bebauen. Und da passt es natürlich auch gut, dass wir dann hier auch die Zeit für Freunde Items nutzen konnten. Denn die passen natürlich dann eben noch besser da rein. Ja, und ich finde das Ganze, also ich brauche eine Weile. Aber an sich kann ich jetzt schon sagen, mir gefällt es letzten Endes. Ähm, weil ich ja keinen Sim da einziehen lassen habe bisher, habe ich jetzt auch am Ende das Ganze als Roomtour nicht so schön darstellen können. Aber man sieht ja alles irgendwie. Und, ähm, ja. Ähm, ich bin sehr froh, dass ich halt die ganzen Packs so nutzen konnte. Denn, äh, naja, also hätte ich jetzt viele Accessoire-Packs bekommen, dann hätte das Ganze nicht so gut funktioniert, glaube ich. Und, äh, ja. Das Problem war, ich hatte in den Packs gar kein Furniture. Furniture heißt das so? Nein, ich glaube nicht. Also ich hatte gar kein, ähm, ich verwechselt da gerade was. Ich hatte gar nichts, um draußen irgendwas hinzubauen an Büschen oder so. Und das war für mich ein Problem, weil eigentlich hatte ich schon Bock, irgendwas draußen hinzubauen. Aber irgendwie hatte ich keine Bäume oder so. Und das war halt nicht so praktisch. Und in der Küche werden wir auch ein paar Basegame-Elemente nutzen. Ja, das klingt jetzt erstmal doof. Aber, ähm, ich wollte ja ein funktionierendes Haus daraus bauen. Und, ähm, ja. Ohne Kühlschrank ist das halt ein bisschen doof. Und, naja. Also so ein Kühlschrank und eine Theke wäre schon ganz praktisch, zumindest um zu leben. Und, äh, ja. Genau das tue ich jetzt ja auch. Also beziehungsweise das werdet ihr dann noch sehen am Ende, weil ich dann erst überlegt habe, was könnte ich denn noch irgendwie tun. Und, ja. Und ich meine, ähm, das mit dem Herd und so, das habe ich jetzt ja dann quasi schon gemacht, indem ich halt das von Gaumenfreuden genutzt habe. Also, ich war sehr penibel und habe wirklich nur das benutzt, was ich da hatte. Ich hatte ja extra diese Filter und so immer wieder angestellt, damit ich auch wirklich nur das benutze. Das Einzige, wo ich ein bisschen Probleme hatte, das zu erkennen, war halt, als, ähm, als ich dann natürlich die Basegame-Elemente reingepackt habe in die Küche. Da hatte ich ein paar Probleme, das zu erkennen. Aber, ähm, letzten Endes ist das schon noch irgendwie okay gewesen. Ähm, ja. Äh, ja. Das Gute war, ich konnte jetzt dadurch auch ein bisschen besser noch die Packs kennenlernen, die ich jetzt ja neu dazu bekommen habe. Und, ähm, ja. Ja, weil, ähm, also ich kenne zwar an sich die Items größtenteils. Die habe ich ja schon in Videos und so gesehen, aber, ähm, selber genutzt habe ich sie, also ich habe sie alle nur einmal angeklickt, obwohl das da halt quasi lügt und sagt, ey, du hast weiter neue Items. Ich habe sogar genau in dem Spielstand angeklickt, aber kein Problem. Ähm, es ist halt einfach, äh, es ist halt einfach, äh, ich, ich, äh, ja, also, äh, wir sehen hier, dass, ähm, ich kurz da abgewiesen war. Wurde euch einfach nicht, warum da jetzt so lange nichts war. Das hat mich ein bisschen verwirrt, deswegen kam ich ein bisschen durcheinander und deswegen ist das jetzt alles, deswegen kam jetzt auch gerade ein Schnitt, weil, äh, aber, ja, es ging ja noch weiter. Ähm, es hat mich auf jeden Fall, äh, also es ist halt, ich habe alles angeklickt, ich habe eigentlich schon alles gesehen, aber das Spiel so, nein, du hast es hier nicht angeklickt. Und hier hatte ich jetzt mega viel Stress, weil ich immer den, äh, Bartisch genutzt, wo nur Barstühle dran kamen und ich war so, hä, warum geht das nicht? Aber, ja, ich wusste nicht, dass es solche Tische überhaupt gibt in diesem Spiel. Aber, ja, ich muss noch lernen. Aber, jetzt, da ich alle Packs habe, werde ich ganz gut lernen können, I guess. Und, ja. Also, ich finde, äh, dass das Ganze halt sehr schön ist. Ich habe jetzt nicht viel genau dazu gesagt, warum ich was wie eingerichtet habe, aber ich hatte jetzt ja auch nicht so krasse Möglichkeiten mit nur fünf Packs. Aber, ähm, die waren gut genug, um ein funktionierendes Haus irgendwie zu bauen. Äh, ja. Ich bin ja nicht so gut im Hausbau. Ähm, mit Einrichten bin ich da schon etwas besser, würde ich sagen. Äh, aber so, so Grundrisse und so brauen bin ich nicht so gut, wie man eventuell auch gemerkt hat. Aber, ja. Ich finde, es ist letztendlich ganz schön geworden. Und hier sieht man, dass ich, äh, in Anführungszeichen Custom Content Kühlschränke nutzt habe. Das ist aber nur, äh, weil da die Schatten habe ich mit, äh, Sims 4 Studio repariert. Und deswegen sieht das da als, in Anführungszeichen, Custom Content. Es sind aber, äh, die normalen Basegame Kühlschränke. Also macht euch da keine Gedanken. Ich hoffe, äh, dass das so in Ordnung geht. Aber sollte es eigentlich. Ähm, ja. Ich gucke, ob ich das vielleicht sogar in die Galerie packe. Äh, ja. Und, ja. Hier sieht man das Ganze jetzt nochmal. Ich habe das nicht so schön aufgenommen, wie ich wollte. Aber man kann alles ganz gut erkennen, I guess. Und ich würde sagen, ich, äh, verabschiede mich an jetzt schon mal. Und wir sehen uns dann bei einem neuen Video hoffentlich wieder. Ich habe sehr Lust auf neue Cast Challenges. Ich habe auch eine schöne Liste angefertigt, was ich noch machen möchte. Und ich hoffe, dass ihr da dann auch wieder reinschaltet. Und, ja. Wir sehen uns dann. Tschüss. Und, ja. Und, ja. Und, ja. Und, ja.